Das Aloe First Spray hat die Artikelnummer 40 und ist das absolute Basisprodukt von Forever. Sprühen Sie es immer zuerst auf, um die Haut auf die weitere Pflege vorzubereiten. Daher kommt nämlich auch der Name First wie zuerst. Das Spray ist optimal zur Pflege und Reinigung der Haut. Enthalten sind in dem praktischen Spray reine stabilisierte Aloe Vera mit einer pflegenden Kräutermischung aus Kamille, Ingwer, Propolis, sowie Extrakten aus Ringelblume, Schafgarbe, Thymian, Löwenzahn, Eukalyptus, Passionsblume, Salbei, Ingwer, Boric und Sandelholz. First ist angenehm hautberuhigend nach der Rasur, aber auch kühlend nach zu intensiver Sonneneinstrahlung. Achtung, bitte nicht in die Augen sprühen wegen dem enthaltenen Ingwer. Das First Spray lässt sich auch wunderbar mit anderen Forever Produkten mischen. Eine sehr schöne Kombination mit dem First Spray ist zum Beispiel unsere Propolis-Creme mit der Artikelnummer 51. Wenn Sie in etwa ein Drittel Tube Propolis in die Flasche drücken und alles ordentlich schütteln, erhalten Sie eine wertvolle Körpermilch für samt zart ungepflegte Haut. Gerade an beanspruchten Stellen wie Ellenbogen, Knie und Hände. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Denn das Aloe First Spray kann auch als leichter Festiger verwendet werden. Naja, zumindest wenn man so wenige Haare auf dem Kopf hat wie ich. Super, weil es dabei gleichzeitig die Kopfhaut pflegt und beruhigt. Es kann gegen trockenes, sprödes und glanzloses Haar eingesetzt werden. Bei fliegendem Haar, bei juckender, empfindlicher Kopfhaut und muss natürlich nicht ausgewaschen werden. Wie vielseitig unser Aloe First Spray wirklich ist, möchte ich Ihnen noch mit ein paar weiteren Beispielen zeigen. Sprühen Sie es beispielsweise vor der Massage auf Ihre Haut auf. Dies bereitet die Haut optimal vor und die anschließende Massagecreme lässt sich so viel besser verteilen. Oder Sie können es einsetzen, um sonnengestresste Haut zu beruhigen. Das Spray ist ideal bei berührungsempfindlichen Hautpartien. Sie sehen, die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Fassen wir noch einmal die Argumente für das Forever First Spray zusammen. Es wird aufgesprüht, bereitet die Haut optimal auf die nachfolgenden Pflegeprodukte vor. Es ist angenehm kühlend, feuchtigkeitsspendend für die Haut und für die Haare. Besonders angenehm bei berührungsempfindlicher Haut, zum Beispiel nach dem Sonnenbaden. Und das Spray ist für die ganze Familie und sollte in keinem Haushalt fehlen. Das Spray ist für die ganze Familie und sollte in keinem Haushalt sehen.